Herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Wir haben uns was Neues überlegt. Nämlich Memories. Also Erinnerungen. Das sind also Videoclips, die wir an anderer Stelle schon mal veröffentlicht haben, aber jetzt in den Kanal Stefan und John, Vater und Sohn, integrieren möchten. Und wir hoffen, das gefällt euch. Aber unsere Vlogs wird es weiterhin geben. Das ist nun mal so zwischendurch. Und die nächste Aufnahme, oder auch die erste gesagt, die war 2011, so ein Familienvideo. Da ist jetzt nichts besonders dran geschnitten. Da waren wir im Legoland und das zeigen wir jetzt mal. Was ist das für echte? Was ist das für echte? Das soll ich jetzt sagen. Das ist ein mittiger Büffel. Oh no! Ei! 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 Das passiert jetzt fast? Nein. Das ist eine Frau und das ist eine Enchianerfrau. Das ist aber die Enchianerfrau. Meine Hose nackt. Meine Hose soll nicht nass sein. Jetzt ist das blöd, meine Hose nass. Jetzt ist das gemein. Aber jetzt gleich, jetzt niemals mehr. Jetzt aber niemals mehr. Ja, weil es so schön war, sind wir nicht gerade, wie man vielleicht denken könnte, in Amerika, sondern nochmal im Leoland. Ja, ich habe es weg. Ja, ich habe es weg. Ich habe es weg. Vielen Dank. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020